So, Freunde, da bin ich wieder, ne? Hey! Wir haben es geschafft mit den Hunden und ich bin jetzt wieder lockerer. Ne, ähm... Sind wir jetzt in der Küche? Ja, wir sind in der Küche. Oh, sind die Hunde noch hier? Ich wette, die sind hier irgendwo. Ich wette es. Okay. Ah! Das nehmen wir auch gleich. Gegen Hunde wäre es auch, glaub ich, besser, ne? Die Surfer, ja. Da liegt schon Munition. Und die nehmen wir auch. Nein, können wir nicht. Und da liegt Munition. Wow! Kann ich da rüberspringen? Nein. Ich bin hier kein Hund. Ach, da gibt es wieder was zum Zuhören. Du wirst sterben. Ach, danke. Du wirst sterben, heulten sie. Und der Wald ließ ihre Schreie wieder hallen. Und die Blitze rießen die Dunkelheitenstücke. Danko sah jene an, für die er sich so sehr angestrengt hatte. Und erkannte, dass sie wie Tiere waren. Okay, sie waren wie Tiere. Ähm, Danko sind doch wir, oder? Soweit ich die Story verstanden habe. Also... Ha, ich verstehe das... Ich... Ne. Ich verstehe das Spiel noch nicht so. Ah, okay. Jetzt habe ich es wieder... Komm, und jetzt wieder... Hä? Was habe ich getan? Oh! Wo kommst du denn her, mein Freund? Halt dich. Und da kommt jetzt der Nächste hier. Hä? Wo kam der her? Das ist komisch. Oh. So. Okay, die sind jetzt nicht so das Problem. Na, wer kommt denn da? Oh. Du nervst. Komm her. Und... Wow. Nein, komm, lach schneller nach. Lach schneller nach. Yeah. Keine Chance, mein Freund. Du hast keine Chance. Oh, noch einer. Oh mein Gott. Du hast auch keine Chance, mein Freund. Du hast auch keine Chance. Komm, nimm es dir. Ja. Da können wir jetzt durch, oder? Schön. Komm. Ja. Ähm. Okay, da können wir nicht durch. Dann bleibt uns nur... Diese Tür. Äh? Hallo? Hallo? Ich glaube, so würde es aussehen, wenn ich ein Restaurant eröffnen würde. He. Okay, das aktivieren wir hier. Yay. Und jetzt geht das Ding hier an. Oh, oh, oh. Da frieren wir wahrscheinlich. Ähm, da ist Munition. Kann ich mich da heilen. Oh, da ist wieder so ein Typ hier. Wow. Ist es einer? Ja, ist nur einer. Gut. Wo ist der Achter ist unten? Okay, und jetzt? Ah. Da kommt bestimmt gleich noch einer. 100 pro. Ja. Wow. Okay. Das ist jetzt das andere. Es kommt noch schneller nach. Ja, ob nicht rum zu wollen. Wow. Oh, zwei Stück. Oh, verdammt. Platz schneller nach. Platz schneller nach. Komm. Nein, 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 nein. Speicher jetzt doch schnell. Oh, gut. Oh, dann kann ich mich heilen. Und auch Essen. Sieht das lecker aus. Oh, ist das ein Herz? Oh, eine Niere. Oh, Herz-Nieren-Auflauf. Ne. Wer schießen da auf mich? ja er hat aufzuschießen ich habe ihn nicht aufgeliehen weil ich gut bin weil ich gut bin das ist umgefallen das ist eingestürzt kapitel geschafft aber ich habe eben gerade gespeichert jetzt habe ich das schnell okay ich dachte ich habe das spiel ganz aufgehängt ich muss mal kurz gucken wie lange kann ich noch aufnehmen kurz rechnen kurz rechnen kurz rechnen ok nach paar minutien kann ich aufnehmen kurz strecken tut mir leid fürs gehen aber irgendwie bin ich erschöpft wir sind jetzt in kapitel 14 noch vier kapitel locker locker bis zum 27 na haben es gleich ja komm wir schnuppern noch ein bisschen rein in das kapitel springen so komm heilig und jetzt gemacht ich war es nicht so speichern wieso speicher ich so da kann ich mich bestimmt dann verbrennen kaum die sechs wo ist die sechs da ist die sechs jahr wenn ich das öffnen ist er hinter das moment ich will wissen ob ich da was drücken kann oder so auch nicht gut dann gehen wir jetzt dadurch was passiert hier okay das schiff geht anscheinend unter und wir sind mittendrin und live dabei hey wieso woher was sah das nicht eben anders wenn der auftaucht wird okay ihr habt das auch gerade gesehen als er aufgetaucht ist ist alles blau geworden und alles ist kälter geworden und so man hast du eine kalte auge und wunderschöne augen ich kann mich an nein da kommt bei seiner da ist einer gut halte ich komm schnell okay viel heilen kann ich nicht oh verdammt hey du kannst gut springen komm her komm her komm her die laufen lustig was war das da das hat da blau geleuchtet ach dich dich habe ich ja ganz vermisst komm her na was hast du drauf nix hast du drauf irgendwie sterben einige schnell als die anderen na wie siehst du aus ne der lächelt nicht wo sind die die lächeln kann ich nicht ich glaube ich muss da wieder zurück und irgendein schalter ach da 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 aktivieren ja jetzt gehen die lichter an da kommt schon was da kommt gleich was heilig nicht aus wieder so eine erinnerung okay es sind jetzt zwei wochen das schiff liegt fest warum gibt uns der eisberg nicht frei diese gedanken verfolgten mich in den langen nächten in denen ich den klagenden lauten des eisbergs lauschte nichts ermüdet geist und körper mehr als trübsinnige gedanken okay also der eisberg hat sie nicht losfahren lassen er hat sie festgehalten der eisberg man ist das ein gemeiner eisberg okay hier ist nix los ah wir sind jetzt hier alles klar das können wir drücken nein können wir nicht das können wir öffnen nein können wir auch nicht dann können wir äh hä kann ich es abknallen ich wollte hm habe ich hier etwas übersehen oder so irgendetwas gab es in der kabine hier irgendwie so ein knöpfchen da hab ich ja gar nicht gesehen komm öffne dich nein können wir uns auch nicht heilen gut öffne jetzt den Fahrstuhl ist das wow was war das okay das war der Fahrstuhl gut hat sich nach einem sterbenden Wahl angehört oder so hallo na können wir sehen wie er kommt nein er kam nicht er war schon längst da naja so in die Ecke verstecken oh 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 muss da wohl gleich etwas kommen kurz speichern oh oh hier sieht es kalt aus und das Spiel hat auch gespeichert das heißt nichts gutes so war jetzt nicht so schwer da diesen Schalter drücken wir und okay da können wir nicht durch sehr gut ähm okay diese Tür kann ich jetzt öffnen aber wow oh mein Freund so schießt man richtig ähm ja uns bleibt nur diese Tür links rechts gucken und überqueren ähm okay da unten erfrieren wer kann ich mich aber hier so lang nein kann ich nicht das heißt ich speichere mal kurz und renn los nein tue ich nicht ich hab euch verarscht ich rette Fische komm ich will euch na wie sieht die aus äh komm bleib stehen wow hey komm wir suchen Nemo Nemo wir warten jetzt bis Nemo kommt na kleiner Spaß tun wir nicht ähm das ist cool dass wir da jetzt nicht durch die Kälte rennen müssen aber wir sind gleich zurück hier was können wir hier tun nix wir müssen das erst aktivieren äh da hinten da hinten müssen wir hin ne Moment ach von hier kamen wir nein nein verdammt jetzt muss ich aber rüber rennen na okay so viel zieht das jetzt nicht ab aber es ist extrem kalt hier oh hallo okay hier ist nix kann ich da rüber nein oh du verdammt hab ich grad einen Schock bekommen verdammt der taucht auch einfach so auf irgendwann ich glaub das zweite Mal dass es jetzt so passiert ne uuh wow okay ist auch jetzt die perfekte Stelle für den Schnitt ein kleiner Schockmoment hey zum Abschied und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Crystasis vier Kapitel haben wir noch vor uns ne vier oder sind wir jetzt am 13 wo sind wir denn jetzt mal gucken kurz gucken laden ähm wir sind am 14 und das heißt Gift yeah 13 war Bestien okay ähm schnell speichern und bis zum nächsten Mal euer Harley bis zum nächsten Mal Vielen Dank.